Sie sind hier, 5. Oktober 2018, 10.08 Uhr, von Maximilian Migouletz, Lesedauer, 2 Minuten, Didier Deschamps hat aus Manel Dembele für die anstehende Länderspiele nominiert. Frankreichs Coach erwartet aber eine Leistungssteigerung vom Barca-Star. Siegtreffer im spanischen Supercup, in 9 von 10 Pflichtspielen in der Startelf, 5 Tore insgesamt, für Ausmane Dembele hat die Saison beim FC Barcelona eigentlich ziemlich ordentlich begonnen. Bei seinem Nationaltrainer steht der 21-Jährige dagegen offenbar nicht so hoch im Kurs, Didier Deschamps nominierte den Flügelflitzer zwar für das Freundschaftsspiel gegen Island und das Duell mit dem DFB-Team in der UEFA Nations League, Nations League, Frankreich, Deutschland, 16. Oktober, ab 20.45 Uhr im Live-DK, doch dabei hatte er Warnende-Worte für den Barca-Star, Twitter.com. Dembele ist sich Anforderung nicht bewusst. Deschamps glaubt, dass sich Dembele nicht den Anforderungen auf diesem hohen Niveau bewusst sei. Der Weltmeister-Coach lobte die offensiven Qualitäten des Ex-Dortmunders, wünscht sich aber zusätzliche Facetten in seinem Spiel. Anzeige, jetzt Fanartikel zum FC Barcelona sichern, hier geht es zum Shop bei der Weltmeisterschaft in Russland hatte Deschamps nur sporadisch auf Dembele gesetzt. Nach zwei Startelf-Einsätzen und einer Einwechslung in der Vorrunde kam der Offensivspieler im Viertelfinale nur kurz vor Schluss in die Partie. Ansonsten schmorte er auf der Bank der Eke Tricolor. Von Maximilian Miguletz folgen at max-migo Maximilian Miguletz Jahrgang 1983 seit 2018 als verantwortlicher Redakteur bei sport1.de Studierte Publizistik und Filmwissensk. Mehr Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017